So, pünktlich zum Jahresausklang gibt es hier mal wieder ein neues Workout. Vielen lieben Dank für eure vielen Nachfragen und Genesungswünsche. Ich war einfach mal 14 Tage krank. Ich fühle mich immer noch malat. Im Übrigen, mein Knie tut weh. Gelenke müssen bewegt werden. Da muss man einfach dranbleiben. Ich teile das einfach nur. Diese Information, weil hier ist auch nicht alles glänzt. Und so habe ich mir gedacht, auf den letzten Metern dieses Jahres müssen wir selbigen auch einfach nochmal den Rest geben. Oder ich dir. Such dir was aus. Wir haben ein kleines, schönes Countdown-Workout vor uns. Das kürzeste Workout bzw. den kürzesten Plan ever. Ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Fünf Übungen. Kleines Warm-up, kleines Cooldown. Muss schon sein, wa? Die Knochen, die Gelenke werden ja nicht jünger, wa? Da muss man zum Beispiel schon ein bisschen einarbeiten. Kaltstart ist nicht mehr, honey. Ja, wir haben fünf Übungen vor uns. Alle Bereiche werden einmal durchgearbeitet und Countdown, was draufsteht, sollte auch drin sein. Wir haben zehn Wiederholungen zu Beginn. Alle fünf Übungen einmal durch, dann neun Wiederholungen, kleine Pause, acht und so weiter und so fort, bis wir bei eins angekommen sind oder vollzugsweise bei null. Und dann kannst du richtig energetisiert und frisch und knackig in den Jahreswechsel gehen. Und das wird richtig schau. Ich sag's dir. Also volle Pulle direkt zu Beginn, weil wir bauen ja ab. Wird immer leichter, ja? Nur so viel dazu zum Trainingsverlauf. Zeit läuft. Was brauchst du noch? Warte. Hätte ich dich fast um dein Trainingsequipment gebracht. Eine Wasserflasche für eine Übung. Check. So. Die wird schon mal platziert. Und wie bereits angekündigt, das geht los mit einem ganz kurzen Warm-up. Warte. Meine schlichte Natur braucht diesen, wenn auch kurzen, aber doch wertvollen Spicker. Trainingsplan. Guti, auf geht's. Stell dich mal im Gerichtstand auf. Wir arbeiten uns von oben nach unten einmal durch. Kreise mal mit dem Kopf in eine Richtung. Mach dein Tempo. Ja, und es schnurzelt schon. Ich hoffe, bei dir auch. Gut, kurz bevor dir schwindelig wird, wechselst du die Richtung. Gut, noch zwei. Und ein. Sehr gut. Kopf geradeaus und Schulter kreisen. Sehr gut. Wechsel auch hier die Richtung jetzt nach vorne. Jo, geht auch. Mach's schön rund. Runde Bewegung. Ja. No Ecke, no Kante. Okay. Gut. Hände mal einschützen. Oberkörper kreisen. Gott. Ja. Wirklich. Komm mir echt vor wie eine alte Frau hier. Lange nichts gemacht und schon war Meckern die Gelenke. Das ist einfach so. Andere Seite. Es wird Zeit. Aber das Gute ist, wenn man die regelmäßige Bewegung auf eine lange Sicht sieht, nämlich nicht nur 10 Wochen Programm, sondern 10 Jahre, machen auch zwei Wochen, drei Wochen überhaupt nichts aus. Das ist mir ganz wichtig immer wieder zu betonen. Gut. Grundposition. Jetzt federn wir nach oben. Schau mal auch ruhig nach oben und mit dem anderen Arm ziehst du so weit wie möglich nach unten. Ja. Dass wir schön die Flanke und hier die Seite einmal aufdehnen. Zügiger wechseln. Noch vier, drei, zwei, eins. Arme zur Seite führen. Handflächen sind oben. Wir federn nach oben, ziehen jetzt die Ellenbogen in die Beuge und drehen die Handflächen nach unten und wieder oben und unten und oben. Und jetzt einfach machen sollen, oder? Die Erklärung war komplizierter als die Bewegung. Ja, manchmal ist so, ne? Und ich muss ja meinen Kopf auch erst noch schnell machen. Weißt du, weniger Bewegung bedeutet auch, weniger Bewegung im Kopf, da ist gerade alles richtig runtergefahren, sage ich dir, du. Bewegung macht schlau. So, wenn das meine Stürze. Jetzt Grundposition, Beine schließen. Wir machen kleine Federungen im Wechsel. Easy peasy. Gut. Ziehen jetzt in den Beinenstand nach oben hoch. Und gehen in die Beuge. Lassen die Arme oben. Beinenstand hoch. Hoch und tief. Und hoch und tief. Rücken schön gerade lassen. Am Rumpfinger bleibt geöffnet. Und hoch und tief. Noch zwei. Und letzten. Und einfrieren. Jetzt noch mal kurz die Arme bewegen. Paddeln. Links, rechts. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Hände abstützen. Schreck jetzt langsam deine Knie und lass den Oberkörper nach unten sinken. Löse die Arme nach unten Richtung Boden. Und wir machen kleine Federungen. Ganz sanfte. Kehlhau ruck. Nur schwindet. Nur sanft eindehnen. Dynamisch. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und langsam aufrollen. Und finally wechseln wir nochmal. Von links nach rechts aufs Standbein. Und ziehen immer ein Bein nach hinten ran. Okay. Oh Gott. Und du solltest deinen Fuß fangen. Wenn möglich. Wenn du gar nicht so hoch kommst. Gar nicht schlimm. Dann machst du einfach Leg Curls. Also Unterschenkel anwinkeln. Okay. Wichtig ist, dass wir hier den Beuger aktivieren. Also die Hüfte schön gestreckt lassen, bitte. Okay. Noch fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Check. So. Jetzt erstmal die fünf Übungen Kredenz. Damit du weißt, wohin die Reise geht. Das erste ist ein Squat. Easy. Und zwar nehmen wir hier die Beine. Die Beine. Die Beine hinter den Kopf. Das wär's. Hände hinter den Kopf. Und so bleiben wir auch. Und gehen so in den Squat. Auch hier ganz wichtig, dass der Rücken schon gerade bleibt. Bauch fest. Anspannender unterstützt den Rücken. Right? Übung Nummer zwei sind Planks. High Plank in die Low Plank. Und da wir hier immer wechseln. Also erstmal so. Tief, tief. Hoch, hoch. Und jetzt andere Seite. Tief, tief, hoch, hoch. Ist wichtig, dass wir uns einmal kurz was merken. Kleine Eselsbrücke. Alle geraden Wiederholungen. Also zehn, acht, sechs, vier und so weiter. Starten wir mit rechts. Und alle ungeraden starten wir mit links. Just like this. Dass wir so ungefähr auf die gleiche Wiederholung links und rechts rauskommen. Übung Nummer drei sind Jumping Jacks. Die machen wir so schnell wie möglich. So reaktiv und fehlend auf dem Sprunggelenk wie möglich. Ja? Wenn du nicht springen kannst, möchtest oder beides willst. Was auch immer. Dann steppst du einfach nach innen und außen. Okay? Geht auch. Alright. Dann haben wir Supergirl. Oder Superman. Such dir was aus. Also für mich ist es eine Supergirl. Bauchlage. Schöne Rückenübung. Arme, Beine geöffnet. Sodass wir in so einem X sind. Und wir heben ab. Und tief. Hoch. Und tief. Okay? Der Blick, der geht immer mit. So hoch wie möglich. Die Arme und die Füße sollten höher sein als der Kopf. Just saying. Okay. Und der letzte ist der Twist. Da brauchen wir die Flasche. Da sind die Beine abgehoben. Wir gehen nach links und rechts im Wechsel. Wenn es zu schwer ist, kannst du die Beine absetzen. Okay? This is it. Okay. Jetzt wissen wir, wohin die Reise geht. Immer wichtig, ja? Für die Einstellung. Okay? Apropos Einstellung. Ich hoffe, die ist bei dir bestens. Du hast richtig Bock. Wird super. Countdown startet mit 10 Wiederholungen. Geht los mit den Squats. Ready, steady, go. Eins. Zwei. Drei. Vier. Wenn du mehr möchtest, kannst du natürlich auch gerne springen. Fünf. Sechs. Oder in den Beinenstand gehen. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Right. Ich muss andersrum. Zehn fällt mir auf. Oh. Okay. Machen wir jetzt. Ab jetzt geht es halt runter. High Plank. Low Plank. Starten mit der Zehn und dem rechten Arm. Los geht's. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Wenn es zu hart ist, sechs, kannst du auch die Knie absetzen. Fünf. Vier. Drei. Oberkörper möglichst parallel zum Boden lassen. Zwei. Eins. Und null. Sehr gut. Okay. Jumping Jacks. Ready, steady, go. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Check. Supergirl. Superfly. Whatever. Okay. Füße sind geflext. Auf geht's. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Immer oben so ein bisschen einloggen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Sehr gut. Twists. Da ist links, rechts. Eins. All right? Geht ja schnell. Position fertig machen. Auf geht's. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und check. Sehr gut. Fünfzehn Sekunden Pause. Uh. Die erste Zehn ist schon durch. Und das Gute ist, eine weitere Zehn wird es überhaupt nicht geben. Die nächste Runde ist die neun. Sehr gut. Es wird immer schneller. Immer leichter. Ist das nichts? Ist das verjutet? Ja. Das ist richtig. Das ist ein guter Kniff. Finde ich gerade. Als hätte sich die Trainerin dabei was gedacht. All right. In fünf Sekunden geht's weiter. Nimm schon mal die Position ein. Arme hinter den Kopf. Hände hinter den Kopf. Auf geht's. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Wie gesagt, gerne einen Beinstand. Drei. Zwei. Eins. Und check. Lösen. Oder sprengen. High Plank, Low Plank. Jetzt mit links zuerst runtergehen. Weil wir haben die neun. Auf geht's. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Hüfte schön parallel zum Boden lassen. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Geht nach oben. Jumping Jacks. Huuu. Neun. Auf we go. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und fertig. Wenn du ein bisschen langsamer gesprungen bist. Fair enough. Gebe ich dir noch ein bisschen Zeit. Und dann geht's jetzt runter zum Supergirl. Alright. Los geht's. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Schön die Muskulatur die ganze Zeit involviert halten. Vier. Drei. Also auch wenn du ablegst. Nicht parken. Zwei. Eins. Und lösen. Twists. Ready. Go. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und check. Sehr gut. War schon schneller. Oder? Und es wird schneller und schneller und schneller. Es ist so gut. Löse mal kurz. Alles. Also Arme lockern, hätte ich sagen wollen. Rewind. Egal. Du weißt, was ich meine. Okay. Sehr schön. Das Gute ist, man weiß jetzt natürlich auch sofort, welche Übungen kommen. Es macht alles einfacher. Muscle Memory. Die Übungen werden effizienter ausgeführt. Es wird richtig gut. Mit jedem Mal besser. Das ist ja auch wirklich ein schönes Workout. Einfach alles besser wird. Okay. Sehr gut. Dritte Runde. Wir sind bei der Acht. Hände hinter den Kopf. Los geht's mit den Squats. Und eins. Also acht. Sieben. Sechs. Oh Gott. Fünf. Vier. Drei. Make it fun. Überrasch dich mal selbst ein bisschen. Mal mit Beidenstand. Mal ohne. Eins. Und fertig. Und fertig. Sehr gut. High Plank. Low Plank. Wir starten mit rechts. Los geht's. Schön parallel lassen. Den Oberkörper, die Hüfte zum Boden. Los. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Mir fällt gerade auf, das ist wirklich ganz schön schnell, ne? Mach dein Tempo. No worries. Also man muss auch nicht wie ein D-Zug das Jahr beenden, ne? Mach dein Tempo, es ist alles cool. Okay. Übung Nummer drei. Dritten Set. Jumping Jacks. Acht geht's. Los. Acht geht's los. Es geht los. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Superfly. Girl. Girl und Boy. Los. Acht Stück. Schon mal Spannung ausnehmen und die jetzt nicht mehr lösen, bis die Übung vorbei ist. Auf geht's. Acht, sieben, sechs. Zieh die Arme noch ein Stück höher. Fünf, vier. Wird nämlich einfacher und besser. Drei, zwei, eins und lösen. Der Körper gewöhnt sich an die Belastung. Der ist so cool, was der alles drauf hat. Wir feiern den viel zu selten. The body ist wirklich magic. Acht, twist. Stimmt das? Stimmt. Los geht's. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und lösen. Ja. Quält mal. Jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir wirklich drin hier. Super. Nummer sieben. Ah, wir haben noch ein bisschen Pause. Ein bisschen Zeit gebe ich uns noch. Vorgesehen waren 15 Sekunden. Man muss es ja jetzt auch nicht übertreiben. Ein bisschen, also mit Über-Ehrgeiz hier das Jahr zu beenden, ergibt auch gar keinen Sinn. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Den Ehrgeiz nehmen wir uns doch ins nächste Jahr mit, wenn man ja nicht alles aufbraucht. So, nur aber. Sieben. Off we go. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Check. Liegestütze. High Plank. Low Plank. Mit links geht's runter. Boom. Ready. Go. Sieben. Sechs. Immer im Wechsel. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Und lösen. Juhu. Jumping Jacks. Okay, ich gebe dir noch eine Minute. Eine Minute nicht. Eine Sekunde, um hochzukommen. Sieben Jumping Jacks. Auf geht's. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Check. Und lösen. Sieben. Los geht's. Sieben. Seben. Los geht's. Sieben. Seben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Sehr gut. Mensch, ja, also zählen können wir am Ende dieses Workouts. Sind wir richtig prepared für den Countdown um Mitternacht. Sehr schön. Mal alles ein bisschen ausschütteln. Fertig machen für die nächste Runde. Sechs. Hände hinter den Kopf. Auf geht's. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Versuch mal schön hochzuschnipsen dann, ob du in Ballenstand gehst oder nicht. Ist egal. Eins. Und lösen. High Plank, Low Plank. Mit rechts. Sechs. Los geht's. Hepp. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und hochkommen. Jumping Jacks. Sechs Stück. Auf geht's. Und sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Super. So einfach kann's gehen. Superfly. Drei. Sechs Stück. Und los. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Twists. Ja. So ein bisschen hier Wendemanöver. Los geht's. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und schon fertig. Super. Yeah. Mal alles ausschütteln. Lockern. Sehr gut. Fünf. Auf geht's. Nächste Runde. Ready. Steady. Go. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Liegestütze. Mit links geht's zuerst runter. Auf geht's. Und fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und gleich wieder hochkommen. Ist gut, ne? Du kannst schon erwarten, was kommt. Du bist viel schneller. Bist schon drauf eingestellt. Es wird einfacher und einfacher und einfacher. Nicht nur in diesem Workout, sondern auch von Workout zu Workout. Je mehr du trainierst, umso einfacher wird's. Ja. So viel zur Motivation. Du bekommst immer was richtig Gutes raus. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Jetzt hab ich's verdattelt. Wo waren wir denn? Jumping Jacks. Fünf Stück. Auf geht's. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Super. Fly. Alright. Und fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Mega. Ja. Turn, turn, turn. Los. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Sehr gut. Wir sind schon längst in der zweiten Hälfte. Und die wird so radikal kürzer sein als die erste Hälfte. Ach. Gute Aussichten. Sehr schön. Alright. Kurz mal ausschütteln. So lange brauchen wir jetzt die Pause auch nicht mehr, ne? kürzere Arbeitszeit, kürzere Pause. So einfach ist die Regel. Hände dann, kopflos geht's. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lösen. Liegestütze. Mit rechts geht's runter. Pam. Uh. Off we go. Und vier. Drei. Zwei. Eins. Und gleich wieder hoch. Yay. Super. Ja. Da fließt der Schweiß. Ich hoffe auch bei dir. Puh. Jumping Decks. Vier. Drei. Zwei. Eins. Wow. Komm. Angefangen. Schon beendet. Super. Fly. Raus geht's. Jetzt mal die Matte wieder ruckeln hier. Und los. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und turn. Twist. Los geht's. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Wow. Sehr, sehr gut. Nochmal alles kurz lösen. Wirklich nur kurz. Weil, hey. Wir sind schon bei der Drei angelangt. Atmen nochmal tief ein. Und tief aus. Hände hinter den Kopf. Und los geht's. Drei. Zwei. Eins. Liegestütz. Mit links geht's runter. Bup, bup. Und los. Drei. Zwei. Eins. Und Jumping Jacks. Hoch, runter, up and down. Und das Schwerste ist noch hoch und runter kommen, oder? Die Übung selbst ist total einfach geworden. Los geht's. Drei Stück Jumping Jacks. Drei. Zwei. Eins. That's it. Super. Fly. Und drei. Zwei. Eins. Und twist. Was ein guter Flow. Los geht's. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Ja, so fix kann es gehen. Wir sind bei der Zwei. Und jetzt zählt natürlich, dass wir jede Bewegung umso schöner und besser und kraftvoller ausüben. Je mehr wir die Anzahl reduzieren. Zwei Stück. Squaties. Füße leicht öffnen. Hände hinter den Kopf. Los geht's. Mit Genuss. Zwei. Eins. Check. Liegestütze. Rechts geht runter. Nur noch zwei Stück. Los geht's. Zwei. Eins. Jumping Jacks. Zwei Stück. Und zwei. Eins. Herrlich. Super. Fly. Zwei Stück. Aber zwei richtig magic ones. Richtig weit hochziehen. Die besten, schönsten, tollsten. Los geht's. Zwei. Eins. Und lösen. Twists. Hup, hup. Und zwei. Eins. Naja, jetzt hab ich falsch angefangen zu zählen. Egal. Zwei halt. Fertig. Allerletzte Runde. Es wird die schönste, beste, die wir je gemacht haben. Wir haben jede Übung nur einmal ausgeführt. Aber so richtig mit Sahne-Schnittchen. Ja. Auf geht's. Und eins. Sehr gut. Alright. Liegestütze haben wir nur noch mit links. Einmal in die Low Plank. Los geht's. Und eins. Check. Ein Jumping Jack. Und boom. Ja. So schnell kann's gehen. Super. Fly. Und jetzt nochmal richtig schön fliegen. Und lift. Und lösen. Und ein Twist. Los geht's. Und eins. Hup. Sehr gut. Und Zero. Neues Jahr. Und wir dehnen uns nochmal ganz kurz aus. Also ist natürlich noch kein neues Jahr. Im Rahmen dieses Workouts sind wir jetzt schon im neuen Jahr. Sehr gut. Gut. Schütteln nochmal alles aus. Wir machen eine ganz kurze Dehnung. Einmal kurz nachdampfen. Nachschwitzen. Den Kopf zur Seite ziehen. Den anderen Arm kräftig in den Boden drücken. Hand ist geflext. Und wir halten hier ganz kurz und ziehen uns jetzt über oben zur anderen Seite. Nimm mit der Hand hier ruhig den Schweiß mit. Gut. Okay. Kinn auf die Brust. Und aufrichten lösen. Sehr schön. Nimm einen Arm nach vorne. Wir gehen auch vier von oben nach unten einmal durch. Super quick. Nimm den Arm nach oben. Hinten platzieren. Und drüber ziehen. Wenn du mehr möchtest, ziehst du den Oberkörper mit. Und spürst eine schöne Dehnung bis den unteren Rücken. Und wechseln. Andere Seite. Zieht kräftig ran. Lass diese Schulter hier schön vorne. Also nicht ausweichen. Nicht parken. Alle Muskeln angespannt halten. Und aktiv in diese Richtung weiter dehnen. Wo wir den Arm gerade hinschieben. Zieh den Arm hoch. Platzieren. Und rüber. Naja. Wahrscheinlich bist du spiegelverkehrt. Deswegen bleibe ich lieber so. Das ist confusing. Okay. Zieh dich zur Seite, wenn du magst. Ansonsten bleibst du gerade stehen. Noch vier. Drei. Zwei. Eins. Und lösen. Sehr schön. Gut. Schnapp jetzt einen Fuß. Und zieh den nochmal schön hinten ran. Hüfte öffnen. Auch hier. Gesäßmuskulatur und Hamstring angespannt. lassen. Die ziehen kräftig mit. Was der Arm hier auch leistet. Machen die Beine auch mit. Also das eine Bein, weil das andere steht. Geht ja. All right. Fliegender Wechsel. Andere Seite. Und lösen. Step out rück. Und wir ziehen mal Oberschenkel schön parallel halten. Ein Knie ist gebeugt. Das andere ist gestreckt. Mit dem Oberkörper schön nach vorne. So richtig Boppers nach hinten schieben. Dass wir hier im Hamstring des gestreckten Beines eine schöne Dehnung haben. Und lösen mal die Arme. Ziehen den Oberkörper so tief wie möglich. Und richten uns über vorne nach oben auf. Andere Seite. Nach vier, drei, zwei, eins. Arme lösen. Über tief. Nach oben aufziehen. Atme nochmal lang nach oben ein. Arme zur Seite weg. Nach unten einrollen. Das ist so ein üblicher Abschluss. Der ist immer gut. Ein Evergreen. Einmal aushängen. Kopf schön entlasten. Schulter entlasten. Arme locker halten. Tief einatmen. Und mit der nächsten Ausatmung rollst du dich langsam nach oben auf. Wirbel für Wirbel. Atme nochmal lang nach oben ein. Handflächen schließen und ausatmen. Bedank dich bei dir selbst für dieses wunderschöne Workout. Ob jetzt nun wirklich der 31. ist oder irgendein anderer Tag. Silvester kann jeden Tag sein. Du kannst dir jeden Tag was Gutes tun. Wenn jetzt aber die Silvesterparty tatsächlich vor dir steht. Vor dir steht? Hä? In Persona oder was? Oh Gott. Naja. Also, wenn es was zu feiern gibt. Feiere. Guten Rutsch. Alles Liebe. Alles Gute. Viel Gesundheit. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr. Bis dahin. Tschö. Ah. Ich wollte noch Stößchen machen. Wofür haben wir denn das Wasser? Ne? Prost. O nickORT Ding. Bios. ubineų. Aus. Aus. See. Aus. Aus. び beiden.